Da checken wahrscheinlich nicht mehr so viel, deshalb konnte ich hier die ganze Zeit kloppen. Schade, schade, schade. Habe ich halt ein Kopfgeld, weil das bezahle ich halt, wenn ich es meine Ruhe. Oder so. So, muss ich nicht lang. Ich muss nach da hin. Sieht aber schön aus hier, die Gegend. Hier war ich schon mal. Okay. Ich habe jetzt zum Glück das ganze Zeug und... Oh, Eisschollen. Boah, kalt. Warum muss ich durchs kalte Wasser gehen, bitte? Ups, ich ging fest. Jetzt nicht mehr. So, da lang. Komme ich nicht hoch. Jetzt habe ich aber gefrorene Füße hier. Verlassene Hütte entdeckt. Äh, ja. Schlüssel erforderlich, aber die verlassene Hütte, die sieht ein bisschen... ...ark verlassen aus. Todesglockenblume. Ternanö, nö, 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 nö. Kommst du mit dem Schlüssel rein, okay. Nicht anders. Hintereingang. Nein. Okay. So. Dann geht es halt da hoch. Ich frage es nur, wie wir da hochkommen. Außen nochmal wieder wahrscheinlich. Schöne Festung auf dem Berg. Müssen wir mal versuchen, so Skyrim-Gebäude in Minecraft nachbauen. Ah. Dafür mal eine Option. Achso, oh. Ach, ist wieder eine Frostspinne. Egal. Oh, noch eine. Ah, die sind so eklig, ey. So Viecher will ich nicht in echt haben. Äh, in echt haben. Okay, ich will sie in echt haben, aber auch nur, wenn ich dafür auch das in echt kann. Kann mir das egal sein, dann grill ich die einfach immer. Fertig. Oder? Oder was denkt ihr? Würdet ihr lieber so was hier in echt können? Wuff. Darf ihr aber so Viecher haben oder lieber doch nicht? Das ist die Frage. Es ist immer noch riskant. Auch wenn ihr das hier könnt. Es ist immer noch riskant, so ein Riesenvieh zu sehen. Naja. Das ist die Frage. Oh, der Stein brennt. Das war ich. Naja, wir kommen hoch. Ich glaube von da hinten nur, ne? Von hier vorne geht das gar nicht. Kann ich da irgendwie hoch oder so? Oder? So eine schöne Landstelle. Stell dir das mal in echt vor. Ah, schön. Ich komme mal da hinten irgendwie hoch. Ich versuche es einfach mal. Uuff. Und reinspringen. Oh, dem ist runtergegangen. Verdammt. Und im Wasser kann ich auch gar nicht zaubern. Ich frage es jetzt, ob es unter Wasser auch Viecher gibt. Das weiß ich nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Tauchen. In echt würde ich mich nicht trauen zu tauchen. Bei sowas. Boah. Ja, gut. Was soll kommen? Vielleicht Haie? Ja. Ich glaube, in den Gegenden nichts macht es viel zu kalt. Nee, komm. Komm. Hier hoch. Oh, das war ein Feuerball. Ich wollte eigentlich... Ah, nee. Ah, schon wieder falsch. Falsch, falsch. Hä? Nee, warte mal. Wo ist denn der Heel? Ah, auf 3 ist der Heel-Supp. Ja, das war der Flammenmantel. Ja, das war der Flammenmantel. Ist ja gut, ist ja gut. Weggesteckt. Ich brenne nur noch. Aber die kriegen gleich Schaden, wenn ich ankomme. Ich will die nicht angreifen. Das ist ein Problem. Wenn ich denen jetzt zu nahe komme. Dann fackeln die hier an. Das ist ja problematisch. Ich muss warten. Das war eine schöne Gegend. Denk mal, sieht sowas aus. In Minecraft war ich immer so unkreativ. Aber die ganzen Spieleentwickler, die haben es richtig drauf. Ich meine, das ist ja aus dem Nichts entstanden. Auch nur so aus Gedanken, wie man es machen könnte. Nee, die greife ich an. Kommt mir damit bloß nicht zu nahe. Ja, ja, ich komm dir nicht zu nahe. Siehst du, deshalb sag ich ja. Ich darf da nicht zu nahe kommen. Ja, Flammenmantel sind manchmal blöd. Oh, hat's aufgehört. Schön. Äh, ihr passt doch auf euch auf, oder? Ja, ja, ich mach nur Ärger. Ihr habt kein Wissen darüber, mit wem ihr sprecht. Geht weg. Ja, ja. Mit einer Echse spreche ich. Mit einer Echse mit Brüsten. Äh, klau mich jetzt nix. Ich guck mir das mal ein bisschen an hier. Oh, Lager. Brot. Ich meine, obwohl das brauche ich eigentlich gar nicht. Bettlerpilz. Siehste, wer schreibt sowas? Ich geh mal hoch. So. Ah ja, okay. Sehr schön. Wie fühl ich mich jetzt sowas von bedroht? Können gern mal kämpfen. Jetzt gibt es wieder einen endlos langen Weg nach oben, so wie ich das kenne. Okay. Ich schätze mal hier lang, dann rechts. Ja, ja. Warum labert ihr mich alle an? Ich sag gar nix. Hast du eine Mitfallgelegenheit? Wohin soll's gehen? In Ordnung. Ich muss erst mal wissen, wie sie das anhört. Äh. Ach, die Lauf. Ich lauf einfach. Ich lauf einfach. Ich glaube, irgendwann mal ein Pferd, wenn keiner zuguckt. Lässt er mich rein? Wenn ihr in Einsamkeit gekommen seid, um euch der Armee anzuschließen, dann sprecht mit Ricke. Wenn nicht, dann haltet eure Nasen aus anderer Leute Angelegenheiten raus. Oder ihr endet wie Rockweer. Keine Ahnung, wer das ist. Geh einfach mal hin. Hoffen wir, der lässt mich rein. Ihr kommt gerade rechtzeitig, um Rockweer begrüßen zu können. Ah ja, wer immer das sein mag. Ich glaube, hier bin ich richtig einsam, Red. Muss noch kurz den Vogel suchen. Okay, Einsamkeit entdecken. Wir dürfen Onkel Rockweer nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Swari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Verräter. Okay, wird er hingerichtet. Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid zu gütig, Vivian. Okay, wird gleich mal hingerichtet. Ihr habt Ulfric Sturmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torek ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt. Zurückbleiben! Ihr habt Ulfric Sturmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, umkürzendlich fällig, mein Kopf. Ah, das wollte ich gar nicht. Rennt der Typ wenigstens weg? Ne, der ist auf den Tod. Ups. Ich wollte doch nur gucken. Ach, Mann. Ich stolpere aber auch immer in so Sachen rein. Ups. Oh, Mann, oh, Mann, ich wollte das angucken. Kann ich irgendwo hier bei den Spielstein kommen? Das will ich nochmal sehen. Einsamkeit. Ja, komm schon. Ah, nee, äh, äh. Ich hab das überschrieben, gespeichert. Oh, nee, oh, nee, komm. Nee, 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 nee. Warte, dann wird es jetzt an der Stelle wieder... Ja, Gott. Ach, Gott, hier, siehste. Mir muss einfach das Spiel klarkommen. Ich hab auf Laden geklickt, ich hab auf Speichern. Ich... Wo haben wir denn vorhin gespeichert? 10.400. Ja, das kann man machen. Kann man mit die Stelle hier. Komm, ich will das nochmal sehen. Ich will das einfach nochmal sehen gerade. Ich hab gedacht, ich seh das auf der ersten Reihe, wenn ich daneben steh, aber nein. Wann kommen wir, Jan? Gott. Wer rechnet denn mit sowas? Ich weiß jetzt, wo ich langlaufen muss, ganz einfach. Ich weine mich einfach. So. Äh. Da lang? Hier, warte mal, wo bin ich denn jetzt gerade hier auf der... Ach so, genau. Karte, ja, als ich die vorne da zerlegt hab. Jetzt kann ich hier hochreißen. Düm, 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 düm. Zwar dahin. Naja. Weinen uns mal. Boah. Gott. Komisches Ding. So, jetzt laufen wir einfach nochmal da entlang. Jetzt kenn ich ja den Weg. Wah, selbe Strecke. Ach, ja. Ich versuch echt nicht zu hart zu spielen oder da, wenn irgendwas fail ist. Weil ich möchte das schon eigentlich so spielen, dass ich es auch so gemacht hab, wie ich es gemacht hab. Problem ist nur, die Szene eben gerade, die wollte ich einfach sehen. Was passiert, wenn ich nicht... Die hat ja einfach so den Typen abgestellt. Ich will sehen, ob der den wirklich geköpft hätte. Verdammt. Ja, das ist das mit dem Dorf. Ich hätte jetzt auch zurückgehen können, theoretisch, und das noch machen können, bevor ich dem Typen aus dem Dorf da einen auf den Wands gegeben hätte. Ich weiß auch schon wie der letzte Folge war das so. Aber das wäre ja auch doof gewesen dann. Ne, 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 das machen wir auch nicht. Oh. Ein Hase oder so. Ne, 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 das machen wir auch nicht. Ich meine, die Schlägerei hab ich da angefangen. Das lass ich jetzt so. Aber trotzdem. Schüppchen Glühwürmchen. Fackelwürmchen. Ups. Da ist, glaub ich, noch irgendwas. Nehme ich mal mit, die sehen lustig aus. Ich glaub, da hinten waren wieder die Spinnen. Ja, Frostmischpinne. Alles wackelt. Clever ausgewichener, Freund. Ja, gegrillte Spinne. Wer hat Hunger? Boah, ich nicht. Na, ich muss hier lang. Genau. Da lang, da lang, da lang. Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir hoch. Ich frage es nur, ob ich jetzt hier runterspringen kann, ohne zu sterben. Das ist die andere Geschichte. Wupps. Wupps. Na, so weit ist der Weg nicht. Und da lang. Und wenn man ins Wasser gleich geht, kann man folgendes machen. Nochmal ein bisschen Anlauf nehmen. Uff. Unter dem Schiff durchtauchen. Ich erinnere mich grad voll an Harry Potter. Dem Unterwasser-Dings. Um die wieder zu retten. Yay. So, dann da hoch. Da lang. Das grimmige Krokodil steht noch da. Jetzt hör ich mir das nochmal an. Feuer ist kein Spielzeug. Die Straße ermüdet diesen Khajiit. Na schön. Aber wenn ihr verhaftet werdet, schiebt die Schuld nicht auf mich. Ah, hier kann man, äh, äh. Dings machen und so. Äh. Soll ich? Wer weiß. Warum nicht? Passt schon. Vielleicht haben sie mal nützlich. Kann man eigentlich noch was anders machen? Anders trainieren? Skillen? Irgendwie kacke ich grad ab. Ja, 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 ja. Die Wege von Himmelsrand führen zu vielen Gefahren. Wuff, Beheilung. So. Äh, ich guck mal das mal an. Äh, ich guck mal das mal an. Guck mal das mal an. Guck mal das mal an. Müsste gleich, ja. Dings entdeckt. Bla 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 entdeckt. Und ich speichere nochmal vorher. Wovor da irgendeine Scheiße passiert. Ich glaub, das Rad schwebt übrigens. Speichere einfach direkt vom Eingang nochmal. Falls ich wieder irgendwas Dummes mach. Vielleicht muss ich die irgendwie retten. Das kann ja auch sein. Wenn ich ihn rette, passiert auch was Spezielles. So, sonst geh ich mal kurz hier hin. Und mach mal kurz auf.